hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen netzplay battlefield 4 mit dem kasten b aka simon ja stell dich doch mal vor um ja ich bin fest jemand ich weiß nicht was jetzt dazu sagen soll die kässe ich glaube ich habe jetzt wo warst du ich bin hinter dir ich hole mir die bombe ich hole mir die bombe ob er die bombe die kommen doch schon von links ich bin wieder warum ich habe wieder eine scheiß nade geworfen warum hast du dich nicht daran erinnert ich hab die meiner flash net gekillt die erlaubt ist und ich weiß nicht wohl mit der bombe ist die mich einfach mal hochgelaufen warte ich komm bewegt dich nicht von der stein ich bin ja schon tot also scheiß regeln ja regeln ist schon scheiße keine sprengstoffe hannes ist gar nicht on the low supporter wurde mir ist aufgefallen dass medics viel besser als supporter sind oder ja findest du also ja ich weiß nicht so ganz also ich denke wir müssen wir abwägen der medic kann sich heilen so richtig heilen ja das ist ja auch wieder nubig nein das ist überhaupt nicht nubig nubig ist ja immer munitions ja klar das ist ja auch viel besser als leben ja der supporter wird gehätet im squad im normalfall außer wenn der moni wirft ansonsten wird er gehasst ja der medic ist immer gerne gesehen also können wir doch schließen der medic ist viel besser ja das ist eine sehr gute argumentation ein denn das schätze rolle ist das ist auch so einer mit so einem coolen ich bin gespawnt und da sind gleich tausende gegner hast du lust bei mir zu sparen ja warum nicht warte ich will nämlich den bombenträger ich kann da drin nicht sparen ich an der leiter verpackt ja ich kann da nicht sparen du tut mir leid der hat die bombe gar nicht an A gelegt hinter nein Sirene ich hab Angst zwei Fäcke habe ich hier ist der dritte ja hier hat er dauert das ist der vierte ja jetzt gibt man hier nicht so an ok nur weil du es sehen kannst fahrer und dort die bombe explodiert ist das schon klappt ja 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 schon wieder von mir Castore ich heißt Castore nicht Castore so oder was machen wir jetzt wir haben eine bombe verloren ich stelle die einfach mal explodiert sie wollte die gerade entschärfen und dann boom guck mal der hat ihn halt dir geschrieben halt dich mal dran ja was steht da no glitching on the upper flag ring da ist wohl ein glitch naja schön dass ihr die beschreiben ja das ist nett so oder wie Ufa fasst das bloß nicht an sagt er dass du tot bist ich bin tot aber da ist einer das hälsend stücken früher sagen sollen er da war einer ja jetzt habe ich AC schuhe meine KD geht ja auch ab 4 4 4 KD ist jetzt egal es geht um die Fans die zahlreich erschienen sind was ist ganz ich dafür ey los wir müssen uns die Bomben holen ja genau ich war doch dahinter wie denn ich bin tot und da ist einer Alter ist das ein Kack Camper da sind sogar zwei und da kämpft einer an der Treppe ok ohne falls wir das nicht hochstellen sollten werden wir die nächste Runde auf jeden Fall besser machen oder? ich denke mal wir werden das hochladen denn der Anfang war gar nicht mal so scheiße dafür dass wir erst kein Thema hatten und wir sind da schon nicht verraten Simon das sind zu viele da nö nö gar einen mach still ich keine Hilfe das freut mich aber ey ich hab Schaden gegeben ey dieser Aliens spasst ey nicht beleidigend werden ja warte ab alter auch nicht im Chat du wirst du wirst wieder gebannt mh das waren doch erst 3 so jetzt ein bisschen AK-12 Action nö was spielst du denn so für eine Waffe ich spiel Gatzka H weil M16 A4 im Nahkommal du was denn daran nubig alter ich spiele auch gerade so ist das wirklich egal ne aber eben noch von AK-12 Action reden oder ich kann was soll ich dir jetzt noch glauben habe ich habe ich AK-12 gesagt ja oh sorry ich meinte Ska H Ska H ähm ja ey der Aliens Viera macht so einen abnormalen Schaden ne also bei mir war das Lrrr und ich bin auch ja das ist nicht normal wie der schießt 18-0 alter toll der 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 ist nicht ganz sauber Ole das ich meine gut wir hatten auch schon im Platz mal 18-0 aber ne so wie der schießt das ist ne gibt's nicht nix ich probier die Kackwaffe auch mal aus soll ja wohl wirklich so gut sein ich will ich will ich will was für die ACE 52 gay es ist schlimm immer wenn einer gut ist zwei denken denkt man dann gleich der cheat Das waren gar keine Gegner. Warte, der Bombenträger kommt entgegen. Was soll ich tun? Renn weg! Ja, ich hab den Bombenträger. Scheiße, das ist ein neuer. Gibt mehr Punkte, oder? Ah, da nimmt immer wieder ein neuer die Bombe auf. Das ist doch nicht fair. Ja, Blendgranate getötet. Ey, komm. Ich glaub das nicht, du. Ich glaub das nicht. Du liegst so weit weg. Ist da noch einer? Da kommen eh tausende Gegner. Na, aber jetzt übertreibt man nicht, okay? Okay, ich war ein 5. Du wolltest ein bisschen dramatischer gestalten. Wir müssten Leon ein Netzkleber drin haben, der macht immer ordentlich Stimmung. Ja, irgendwie schon, ne? Ey, da ist echt immer was zum Feiern, ey. Ja, aber das ist manchmal nicht so ganz nett. Und ach, der sieht das hier wahrscheinlich. Scheiße. Leon, das tut mir leid. Der hat mich angestiftet. Du solltest das nicht sagen, Mann. Ja, Alter, wieder tausende Faggots. Du übertreibst es immer so, ja. Ich halte mich bei dir. Faggots. Dankeschön. Wir dürfen nicht lügen. Hey, ich lasse es demnächst. Dankeschön. Ich glaube, ich fühle mich mal AC-E. Ich glaube, dass wir die nächste Runde einfach mal abgehen, so wie immer. Ja, meinst du? Meinst ja? Ja, das war es nur so eine Runde, so, um mal zu zeigen, wie wir spielen können. Aber wenn wir uns anstrengen, was wir dann alles können. So vorher, nachher und so. Ja. Ich sehe das noch nicht. Ach, da. Den Faggott getötet mit der AC. Ja, glaube ich, Typ. Ist sehr nett von dir. Ich will die Bombe nicht mehr haben. Hilfe zählt als Kilmensch. Bist du das? Nee, nee. Warte ich noch. Ja, du wunschst. Danke. Ah, da kommt viele. Gut, dass du noch 1000 sagst. Ich habe die Bombe. Bleck hier, bleck hier. Los, folgen wir Leute, ich weiß, dass wir in die Base müssen. Das würde sie sehen, nicht auf der Karte, das heißt, die kommen egal, ich will mich entfernen. Nee, nee, ich stoppe ja dann die Kills ab. Ich werde nicht gleich, bevor die Gegner die Bombe kriegen, werde ich mich selbst umbringen. Okay. Spring von der Klippe. Was soll ich tun, Olle? Panik! Gestolpert. Ja, genau, macht das Tor zu. Nehmt die Rauchgranate. Der heißt Vaginas Knetter. Das ist, weiß ich nicht, ist das ein Fremdbegriff oder meint er damit wirklich das? Ich glaube, er meint das. So ein Speich. Mit der 1000 Faggots. Nein, genau, ich war doch um die Ecke. Der schießt ab nochmal, Olle, mit dem Stimpfand nicht. Ja, von hinten Vorsicht. Bombe aufgehoben, Mensch, gibt gar noch Punkte. Bombe wurde fallen gelassen. Ich wollte ihn nicht aufheben. Ich hab die Bombe weit gebracht. Ich mag die Bombe, bewegt sich. Ich spiel jetzt ACE, mal sehen, was damit noch so geht. Hab ich da gerade einen Noob rausgehört? Hey, da schießt jemand auf mich. Ja, genau. Ja, wie sie alle Blendengranaten zwingen. Nehmt meine Rauchgranaten. Spasten. Ey, da kam die Bombe. Wollen wir ihn hell? Ach ja, oder der raucht das von mir. Hier links ist erstmal einer, mein Schuh kriegst ja gar nichts mit. Ja, der hinter dir... Oh! Shotgun! Mensch, also, ich find meine... Ah, gut gerätzt! Und du ja auch. Pusche! Du wirst ja nur wieder eine bessere KD haben, das weiß ich. Die seh ich schon im Arsch, dir scheiß ich ja. Ja, Alter, ich hab das gesehen. Ich weiß genau, was du vorher hattest. Ich war das nicht. Mach' einen Quickscope. Stolper! Ey! Wehe. Guck mal, wie wir uns im Mates verrecken! Ja, das ist voll lustig. Ob wir sollten ihm helfen? Ne, das ist Quatsch. Was Petro jetzt wohl macht. Oh, man. Petro war ja auch in dem Video mit bei, ne? Ja. Was du so einfachst? Was leider keiner von den Abonnenten sehen wird. Ja, ich bin sowas wie so VIP, weil ich das sehen durfte. Ja. Nicht. Ohne, ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich hab dich nicht mehr abonniert. Echt? Doch. Hat deine Schwester mich auch abonniert? Ich mag kein Break Wars. Oh, manno. Soll ich dann eigentlich deinen Kanal mit verlinken? Äh, nein. Der nicht mehr existiert, nicht mehr. Ach, den gibt's nicht mehr? Doch, ich hab mir den letztens angeguckt. Ja, aber ich weiß die Daten nicht mehr. Weil der eh für ne Arsch war. Ja, mit zwei Abonnenten, seine Schwester und ich. Ohne? Hier ist was explodiert. Erstmal. Warte. Warum haben die mit? Was? Ich wollte dir gerade was schreiben, aber das sehen die ja. Ja. Nein, natürlich. Alter, ey, das ist doch nicht normal. Hier, ey, so ein Kack-Server. Ohne, was suchst du für Kack-Server? Weiß ich nicht. Hey, du hast den gesucht. Stell dir vor, wie ich den Finger zeige. Ich mach noch kurz auf, die Runde zu sehen. Du weißt schon, dass Sniper nicht erlaubt ist. Ja, mein Gott. Das ist eine Piste. Und sich hier das auch nicht erlaubt. Passt schon. Ja, sicher, dass Sniper nicht erlaubt. Stand da nicht nur Neu-Ex-Close-Ups? Und keinen Sniper. Ja, gut, ich bin von der Eröffnung. Weiß gerade jetzt, verpasst du dem Instant-Header im Schnee, wo ich nicht seh. Reim, Alter. Schreib's auf, schreib's auf. Ach, ne, das ergibt's. Ohle, ohle, ey, es wird nicht besser. Ey, ich hab schon gar keine Witze mehr gehört aus der Klasse so, von denen immer so, ey, Simon schreibt doch auch mal mit. Ja, ich halte mich ja jetzt auch zurück. Ne, das meine ich ja nicht. Deine waren ja, ja, deine waren ja schlecht. Die waren teilweise ganz in Ordnung. Aber wenn die anderen dann kommen, ey, Simon, kannst du ja den Test auch mitschreiben, ne? Dann feiern die sich überall ab und ich denk mir so, ich, ja, du bist richtig lustig, man. Richtig. Ja. So, dass es schon wieder nicht mehr lustig ist. Das war heute in Deutsch doch genauso. Dingsbums. Ähm. Meint er dann auf irgendwas schon wegen Ja, du hast das Satz die falsch gestimmt. Ach, 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 ach. Die ist so blöd. Ey, echt, Alter, das fühlt sich echt ausgedacht, wenn du was falsch sagst. Bei Jords Satz, ey, da hast du ja auch gefeiert, oder? Ja gut, der war ja auch zu feiern. Der war ziemlich falsch, Alter. Da konnte man echt sagen, dass man falsch steigern kann. Das war schon am falschesten. So. Ne, oder dann sowas. Neue Runde, neue Runde. Du hast den Kausalsatz falsch gebildet. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich auch. Wo, wo, von wo? Instant Kick on Explosive. Sniper, irgendwas noch. Ich wollte schon wieder eine Nade werfen. Halt mich mal lieber zurück, hier Kollegen. Du hast eine geworfen, oder? Ja, eine Rauchgranate. Fuck. Die werfen richtige Nades. Ja, wie viele Leute immer vom Ser... Ja, ne, ist ja klar, ne. Danke, Ole. Das war ich nicht. Ich hasse nicht. Ja, bitte, bitte, bitte. Candy. Lass mal unten lang. Ich spröre jetzt immer. Ey, ich stehe 2 zu 2 Bomben. Die Bomben ist wieder da. Holt sie euch. Fuck, der geht an die Bombe. Unten sterben welche. Mensch. Loll, bei mir leckt es. Simon? Oh. Ja, Leute, ihr seht, ihr seht die paar Minuten noch. Oder die... Naja, paar Sekunden. Ich weiß nicht, ob mein Niedern jetzt sich gleich wieder fängt. Aber... Ja, sonst muss ich halt... Ja, ich kann hier alle abschießen. Läuft auch. Ja, schalben kann ich auch noch. Ja, Leute, dann ist es gleich. Ich gehe mal wieder an Skype irgendwie. Falls es funktioniert. Simon? 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 Ole? Ja. Alter, habe ich jetzt eben schon wieder für mich geredet? Ja. Ich habe dich auch so wieder erzählt. Eh nicht. Alter. Ich habe mich ja nachher nach. Ich werde das dazu hören. Du hast einfach nur nicht genau hingehört. Mensch, ich lebe. Oh, der lebt nicht. Achso. Ja, bei mir ist es total abgeschmiert. Und Leute, dann denke ich mal, war es das. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr von Simon sehen wollt. Und haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.